1, 2, 3, 4, äh, 3, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4. Wenn ich das jetzt dann nochmal wegmachen muss, dann kriege ich die Krise. So, diese Seite haben wir jetzt auch gleich. Ach, scheiße, mir waren nur noch zwei. Oh, leck mich doch am Arsch. Entschuldigung. Meine Stimme wird wieder ein bisschen. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ich will wieder ein bisschen, naja, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Da oben auch noch. Nimmst du die Sphäre? Schreib mal das so. Mein Deutsch ist super, genauso wie meine Rechtschreibung. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ach, halt. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Dieses Kugel-Teil. Wo man den Bauplan sieht. Und ich den... Bug-Hub. Ich bin auch wunderbar im Sachen-Beschreiben. So. Da haben wir noch eins. Dann haben wir hoffentlich unsere Ränder fertig. Ich hatte jetzt richtig Bock auf Sushi. Spontane Gelüste. Boah. Spontane Gelüste. Halt. So. Ich bräuchte Erde. Ich bräuchte Erde. Ich bräuchte Erde. Und belagte nicht Hüte. Erde. Da wird Sonne Sonne nicht weitergehen. Da schmeißt weg. Er braucht schon Erde. Cage ist voll. Ich bräuchte Erde. Ah, Cage ist voll. Topie hier. So. Hier. Sollte ein bisschen... Ja, das stimmt, das hätten wir eigentlich auch machen können. Aber das spricht gegen meinen Bauergeist in Minecraft. Ich will das selber ausklügeln. So, das kommt wieder aus so rum. Ich glaube, ich muss die... Hier ein Spider machen, hier ein Spider machen, hier ein Spider machen. Das Glas sieht man halt echt ganz toll. Das war eine super Idee. Oh, okay. Damit kann ich leben, wenn das der einzige Unterschied ist. So. Ich glaube, ich muss nämlich... Ich muss ja größer werden, jetzt habe ich glaube ich wieder den Sam Bullshit gemacht, wie ich gerade eben gemacht habe. Jetzt war es viel so groß wie hier, zack. Jetzt noch eins raus. Und noch eins raus. Okay. Jetzt ziehe ich das in der Truhe. Super. Danke. Na gut. Klar, das drin kommt natürlich jetzt wieder weg. Hoppala. Das habe ich zu viel gemacht. Jetzt passt schon. Ich dachte gerade, ich habe gerade irgendeinen Quatsch gemacht. Aber es passt, ne. Ich glaube, ich muss dann auch gleichzeitig mit... Oh. Du kannst gerne deine Kugel damit bauen. Ja, jetzt glaube ich einfacher ist, wie da eine Random Kugel hinzubauen. Die wir dann beide nicht brauchen. So. Ich muss ja nach innen hin einer mehr werden. Wir haben hier drei. Also brauche ich vier. So. Das ist schon mal gleich die Erde, die ich da drin habe. Falsch. Ja, ich brauche hier vier. So. Das ist schon mal gleich die Erde, die ich da drin habe. Das ist schon mal zum Ziel. Ja, das stimmt. Genau, wir haben hier vier. Was? Okay, das sind tatsächlich zwei. So, ne? Huch. Das Foto. So. Ich hoffe, das stimmt so, wie ich das hier tue. Hoch. Okay. Das wird irgendwie... Ja. Ähm. Ich bin mir grad unsicher, ob das was wird, was ich hier tue. Ähm. Muss ich das mit allen parallel machen, damit ich irgendwie zusammenkomme? Ich geh mal hier... Das muss ja jetzt noch wieder eins breiter sein. So. So. Okay. Okay. Ich glaube... Ich hab's langsam... Raus. Ich bin mir noch nicht sicher, aber... Ich glaube es. Dann kommen wir zumindest hier unten wieder zusammen. Heilige Scheiße. Entschuldigung. Was ist aber auch hier? Vier? Nein. Da genau nicht. Hier rüber. Ich glaube, wenn man einmal weiß, was man drücken muss und wo man's hinbauen muss... Geht das einigermaßen. Aber wenn man das nicht weiß... Ihr müsst mir übrigens sagen, ob ihr dieses Kugelnbauen, ähm, auch im Let's Play haben wollt oder nicht. Ja, je nachdem... Mach ich's dann privat. Also wirklich nur diesen Blaskörper da. Alles andere kommt natürlich ins... ins Let's Play. Falls das euch jetzt langweilen sollte, was ich hier tue... Kann ich das in Zukunft auch... äh... Offscreen machen. Ich glaube, da fehlt ein Ding ja. Zack. Jetzt sind wir dran... Interessant, wenn man so auf der Karte jemanden vorbeifliegen sieht. Oh, ich glaube, das wird was. Ich glaube, das wird was. Okay, hier nochmal Erde. Jetzt kommt ja hier 1, 2, 3, 4... Wie schafft man denn das jetzt, dass der Hebel verschwindet? So, noch eins runter... Zack! Jetzt kommt es hier noch. Hier einen weiter... Das ist von der Seite... Ich hasse mich ein bisschen für diese Idee, die ich hatte. Glas. Da. Irgendwie lustig. Äh... Komisch. Bei mir war der tatsächlich nie weg. Äh... Da drüben bin ich. So... Hier sieht man auch die Kanten jetzt besser tatsächlich. Also es ist gar nicht mehr so dämlich mit Clear Glass zu bauen. So... Da fehlen noch zwei Seiten. Ich kann da nicht schräg anfangen. Ich muss da mit der Oberkante anfangen. So... Ich hab dann auch keine Erde... Oh, ich hab noch Erde. Ich dachte es mir grad... Oh mein Gott. Ich hab doch irgendwie vier Stacks mitgenommen oder so. So rum... Oh, ich hab noch nie. Dann habe ich mich schon gefunden... Für mich schon mal ganz gut gemacht. Das Ganze hat sich schon lange gefunden. Ich habe wieder... Und wir haben das Lampus mit dem Kantenkontrolle. Untertitelung des ZDF, 2020